Heute ist Challenge Shack im Celebrity Golf Camp Und als erstes mussten wir den Ball aus dieser Erhöhung treffen Jonas hat das Ganze mal direkt mit Anlauf probiert Ich wollte das lieber aus dem Stehen machen Und damit haben wir uns den ersten Punkt geholt und es ging direkt weiter mit Hochhallen Das hat Jonas deutlich besser gemacht und es kam dieser Trickshot bei oben Dafür hatte ich wieder ein besseres Händchen bei diesem Trick Den Jonas aber nach ein paar Versuchen